Der, der... Vankeras ist da, der läuft auch. Der sagt nur nichts. Der weiße Mann schweigt, wenn er nichts zu sagen hat. Der hat eine Freundin in der Wand gefunden gehabt und jetzt kommt er. Der mir fiel einfach nichts mehr zu dem ganzen Quark ein. Das kann ich mir vorstellen. Die fliegenden Scheiße. Wieso? Kräuter sind doch gut dafür. Okay, da war es schlecht. Ich habe es nicht mal gecheckt. Der Vampir ist aber auch ganz schön heiß. Black Laner Fog 6, Fog 7 läuft da rum. Entschuldigung, der geht da um 80 auf. Unten, hinter uns, kommen die an. Vielleicht sollten wir ein bisschen zurückpushen. Geh in den Kreis, geh in den Kreis. Ja, oben stehen sie auf Fogs 5. Alles gut, Chewie. Chewie. Ich habe einen geilen Schlinlikör hier. Oh, den habe ich vorhin schon. Also eins machen wir noch, aber... Aber... Ja, halb zwei haben wir schon. Hier gibt es was, was ich noch nie gespielt habe. Oh ja, das mache ich jetzt auch mal. Was habe ich denn noch nie gespielt? Komm mal, Knefel, Vitali hat ihn getötet und da sagte jemand nice kill. Ich glaube, Knefel spielt jetzt auch auf Flogen mit 4 Flamer. Look, ich glaube, da bin ich noch nicht gespielt. User joined your channel. Morgen. Moin. Moin. Servus. Na habt ihr Spass? Jo. Wunderbar. Alpha. Also ist schon weg, nie. Wir weiß es nicht. Ich muss schon mal richtig knifflig. Das hätten wir denn da noch. Den haben wir noch nicht gespielt. Was ist denn? Noch nie gespielt, was ist das? Delta! Oh Gott, gibt's viele Macs, um Gottes Wille Supernova ist hinter Torso Echo Bring sie um, dann krieg ich endlich mal ein KMDD Ja, ich auch Ich hab da auch einen gebaut, den ich noch nie gespielt hab So, jetzt vorwärts pushen Läuft Schnell ist gelaufen Jungs, ihr wart spitze Ihr wart spitze Waren wir das? Sicher Ich hab extra gesagt, ihr und nicht wir Und der Kniefel war auch dabei Und der Kniefel war auch dabei Ich hab extra ihr gesagt und Ich weiß nicht, was ich gemacht hab, weil ich war auch dabei Ja, ist richtig Min-Machine mit Cheetah Was? Wir mussten jetzt noch um Nee Doch Nicht wirklich Ladet ihr Maus mal noch ein Ja, schön, Vitalis, äh Komm Das wir endlich mal wieder gegen euch spielen dürfen Okay, ready Wo sind wir die? Ja, wir sind auch gleich ready, wenn die endlich mal, ja Na, Gehras, hier, äh, machst du mal Abstauber? Hm, nee, ich hab nichts abgestoppt, ich schieß nur auf Ich weiß gar nicht, was ich da für Für eine Funktion haben soll Ich kann weder schießen, noch kann ich irgendwas machen Hm, schießen wohl wieder Hm, das könnte ich machen Aber Kniefel, war das jetzt würdig, oder War das eher so Das war was? Was war was? Und die Urs, frag sowas nicht um die Uhrzeit, das ist eh Sackele? Geht nicht Erklär nochmal, Vitali, ich hab das nicht versucht Akustisch oder mental? Ja Und, und, oder Also, wir sind immer schon fertig, ne? Also, ne? Ach, und Magia ist ein Kid auch gleichzeitig Ketulo Sehr geil Ja, vor dem soll ich erstmal nicht fürchten Auf geht's Auf geht's Fund